Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Schach und diesmal zu zweit an einem Account, denn die Kadi sitzt nämlich neben mir. Hallöchen! Denn wir probieren das Ganze mal aus, ob das auch so bei uns funktioniert, denn wir haben dann auch andere Projekte geplant, die aber noch geheim sind. Und jetzt ist die Frage, war ich dran? Das haben wir uns in der letzten Folge schon gefragt. Wir wussten es da schon nicht mehr. Ich glaube aber, ich war dran. So, Bauer auf bla. Weil das ist nicht auch der Vorteil. Wir können nämlich auch zusammen reden, ohne Probleme dadurch. Okay, du bist dran. Bauer, guck deinen Turm an. Dreh das mal andersrum. Ach so, ich muss ja jetzt. Jetzt bin ich Kadi. Hallo! Ähm, 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 ähm. Gehen wir weiter aufs Spielfeld. Und das oben, so hier? Nee, nicht. Guck mal, so sieht man die Figuren fast gar nicht, weil die Köpfe schwarz sind. Ja. So, tadaaa. Ähm. Willst du selber steuern? Das wäre vielleicht ganz angenehm, weil sonst kann ich nämlich nie. Oh, pfui, das ist invertiert. Ja, soll ich vielleicht doch lieber für dich steuern? Ach. Nein, ich hätte mich schon irgendwie dran gewöhnt. Ihr seht schon die Probleme. Ja, das sind dann die Nachteile, wenn man an einem Computer spielt. Okay, das ist ja Unsinn. Oder du sagst es mir dann am besten einfach. Ähm. Das ballt sich alles so nach links, so dieser Haufen an Bauern, die jetzt da alles umringen. Mhm. Mhm. Aber klassen Keile für den, für den kleinen Bauern von dir. Äh, jetzt, ich bin echt am überlegen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ähm. Mühle. Was? Du stehst in der Mühle. Nein, das falsche Spiel. Doppelkopf. Es ist auch das falsche Spiel. Oh. Jetzt brauche ich. Warum hast du es nicht einfach kopiert? Egal, mach einfach den Ding. Wie kann man denn kopieren? Mit leeren Raustaste. Ah. Aber. Hatte die einen Menschenkopf? Ja. Da ist noch einer drin. So brauchst du keinen nehmen. Da hast du schon einen. Stimmt. Warte mal. Willst du mich lieber doch nicht steuern lassen? Komm, ich mach das schon. Ich weiß jetzt, wo sie hingehört. Ähm. Ähm. Warte. Warte. So. Es wird natürlich auch bald mal wieder mit dem normalen Projekt weitergehen. Wir machen das jetzt nur so ein bisschen als Platzhalter. Was hast du da gemacht? Ähm. Ich weiß selber nicht so ganz, was ich gemacht habe, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Ja, und dann merke ich gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Ah, du bist. Ah. Das sieht voll schlimm aus, wenn du invertiert versuchst zu steuern. Dann soll ich nicht wirklich für dich steuern. Nein. Ich glaube, du hast gerade das Falsche genommen, aber ich verstehe was. Aber man erkennt es trotzdem. Ich glaube, du hast nämlich einen Antrieb hinter Laura. Oh. Da. Ähm. Ja, ich habe leider eben einen Fehler gemacht. Ups. Komm, komm, lass mich bitte das machen. Da kann übrigens kein Springer hin. Da wollte ich auch keinen hinhaben. Okay, da wolltest du auch hin. Ich wollte den Springer abreißen. Okay. Wo soll er denn hin? Äh, rechts weiß. Da? Nein. Das ist aber rechts. Achso, du meinst da. Ja. Okay. Und da, ich da mal direkt meine Dame bauen kann jetzt. Das ist richtig cool. Ähm, wie sah meine Dame aus? Komisch. Kann dich noch erinnern, wie meine Dame aussah? Ich habe keinen Plan, wie die aussah. Ähm, dann mache ich sie einfach, ähm, so ähnlich wie deine. Nur halt so. Dein komischer Springer blockiert zu viel Platz. So, da ist meine Dame. Ähm. Okay. Okay, ähm, passt schon. Komm, lass mich den Riss machen. Das ist... Wir müssen da wenigstens was machen mit der invertierten Steuerung dann. Entweder muss ich mich angewöhnen, ähm, umgewöhnen oder du. So, okay. Ähm. Dann nehme ich mal meinen Springer hier und schlage deine Dame. Ach, scheiße. Ja, das habe ich übersehen. Ja. Ich erinnere an das gute Bauernproblem. Ich muss aber auch echt sagen, ich finde es hier so ultra schön, mich zu orientieren. Ja, das ging... Das ist auch der Grund, warum bei mir... Nee, nee, jetzt gerade generell. Ich habe irgendwie... Ich mache gerade einen Blödsinn nach dem nächsten, den ich eigentlich hätte sehen müssen. Schach. Okay. So, das hier ist der einzige Punkt, wo ich hin kann. Nee, du hättest auch dann... Du hättest auch da hingekonnt. Ja, ich hätt auch da hingekonnt, aber... Genau. Und jetzt denke ich mal, es ist smart. Nee, wenn ich in deinem Lied, dann kannst du mir den Turm schlagen. Ähm. Schach. Ach, ups, ja. Dann ist jetzt dein Springer weg. Ja. 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 Wie gemein. Was heißt denn dann gemein? Ach, verdammt. Ich habe den nur einmal da. Ach, nee, da hinten. Was ist das? Mach mal einfach so. Schach. Äh, äh. Ich habe keinen Kopf. So. Ich weiß eigentlich, dass es auch einen Begriff gibt, wenn man die Dame bedroht, wenn man die nirgends sagen kann. Nein. Gar die. Nein. Gar die. Gar die. Gar die. Moment, ich warte schon. Ich kann das nicht den Rest machen. Lass doch noch deinen komischen Dings da hier. Mein Sprenger ist auch verschoben. Endlich sind diese komischen Teile weg. Ich will nicht sagen, aber das ist matt. Ja. Ich wollte gerade sagen, so wie es aussieht, bin ich matt. Im nächsten Zug, aber jetzt nicht, aber... Doch, ich bin jetzt matt. Nee, du wirst ja nicht bedroht. Deswegen bist du nicht jetzt matt. Ja, aber ich kann irgendwo mehr hin. Ja, klar. Das ist, wenn ich nach hier gehe, dann haut der mich. Wenn ich nach da gehe, ist der Turm genau dasselbe da und hier. Kann man sich nur den Turm schlagen und würde es dann von der Dame geschlagen werden. Genau. Verdammt. Yay. Das kommt nur, weil du mich hier mit deiner komischen Verwirrtaktik, das ich jetzt bei dir mitgespielt habe, total aus dem Konzept gebracht hast. Wollen wir ja... Wir wollten ja nochmal so ein Abschiedsteil machen, wo wir dann irgendwie alle gegenüberstellen. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht vielleicht in den Anfang der nächsten Folge packen. Aber das wird nicht das letzte Spiel sein, was wir hier gemacht haben. Wir haben noch ein paar andere Sachen in Planung. Könnt euch drauf freuen. Aber beim nächsten Mal wird es dann vermutlich erstmal wieder mit ein bisschen Bauen weitergehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.